Das Möbel, das Möbelmännchen. Das ist also nicht so großmöbelig. Also wenn in den Öm trinkt, ach, das geht ja schnell mit dem bisschen Möbelmännchen. Das Wort. Möbelmännchen, also ich würde sagen, das Möbelmännchen ist das gesamte Sortiment von Möbel, vor allen Dingen das, was so im Wohnzimmer steht. Ich würde nicht sagen, dass man Möbelmännchen, dass man zu Küchenmöbel Möbelmännchen sagen würde. Aber das, was man so im Wohnzimmer an verschiedenen Schränken und dichten Stöhlen hat, das Wort Möbelmännchen.